Hör auf, Baby! Ich komme! Jackie, du hast deinen Weg hier gefunden! Jenny? Ist das wirklich dich? Wie ich hier langlaufe. Ich kann aber immerhin noch sprinten. Ich habe natürlich meine Darknessfähigkeit nicht, deswegen sehe ich nicht wo ein Relikt ist oder sein soll und so weiter. Ihr wisst was ich euch damit sagen will, ne? Bestimmt. Ne, aber meine Fähigkeiten funktionieren halt nicht und deswegen sehe ich die Relikte halt nicht durch Wände und so. Aber hier scheint kein zu sein. Hier scheinen aber Bruchstücke irgendwie zu sein von irgendwelchen Sachen und ich wollte bestimmt hier 10.000 Sachen sagen, die mir jetzt allen nicht einfallen. Warum ist hier zum Beispiel eine Fassade? Ich habe keine Ahnung. Ist das vielleicht irgendwie das Waisenhaus von früher? Pfff, keine Ahnung. Was ist das? Ein Rohr? Das ist ganz wichtig, das Rohr. Ja, ja. Hier sind fliegende Steine. Aber ich überlege gerade, will ich euch noch irgendwas sagen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Es tut mir echt leid. Ich will da noch nicht hin. Ich will mir jetzt hier lieber erstmal ein bisschen auf der Bank chillen. Ja, mein Darkling ist tot. Das finde ich natürlich sehr schade. Wirklich. Ich hätte mir gern... Ja, ich hätte gern mehr von ihm gehabt. Bevor wir jetzt aber zu Jenny gehen, muss ich gleich noch erstmal ein bisschen röpsen. Du bist von keiner Konsequenz! Wir sehen uns über das. Okay, jetzt bin ich da doch irgendwie wieder die Darkness oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie? Ich bin nicht willkommen. Ich kämpfe gerade mit jedem Pansen. Zack. Oh, nehmen wir mal ein schwarzes Loch. Wieso eigentlich nicht? Hier kommt, was ist das? Hä? Kannst du auch ruhig mal funktionieren. Er lebt noch. Nein, noch nicht. Okay. Bitte, Jackie. Mach es, stopp! Halt mal, Baby. Ich komme. Ich geh jetzt sogar auf für mich. Du bist nicht! Ich muss doch, ja. Was ist das? Okay. Oh! Oh! Was ist das denn für eine schöne Waffe? Ketzef. Ist das eine von meinen Darkness-Waffen? Uh, wieso eigentlich nicht? Ne, doch nicht. Die sehen anders aus als im ersten Teil. Könnte natürlich trotzdem sein. Oh, schön was zum Slicen. So, jetzt habe ich erstmal noch ganz viel Essenz. Dann können wir jetzt erstmal schön was ausgeben. Da haben wir alles, oder? Das da oben haben wir auch, ne? Jo. Ah, genau. Den wollte ich nehmen. Ja, nehmen wir dat. Und den hier. Zack. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Egal. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier noch alles kommt. Was? 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 Komm hier. Ich mache hier direkt mit dem Swarm. Ich habe vielleicht kriege ich die Bonuspunkte, wenn ich die irgendwie so töte. Scheint nicht so der Fall zu sein. Ich sehe doch nichts hier, verdammt. Ah, hier sind kleine Daktesviecher. Wer dient jetzt auch heraufgeschworen. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Achso, wir haben heute, äh, 28.02. Wenn wir kein Schalter hätten, wäre es, wäre das im Monat jetzt zu Ende. Und ich habe auch nicht viel Nenntung von den Sachen. Ähm. Ja. Wollte ich euch nur mitteilen. Ich hatte heute eine sechsstündige Besprechung. Deswegen bin ich heute relativ ausgewichtigt, denke ich mal, weil ich bin jetzt ganz schön im Arsch. Eine sechsstündige Besprechung ist schon ganz schön heftig, weil man über Betriebsvereinbarung so kack verhandeln muss. Boah. Ja, du mich auch. Das werden wir noch sehen, Freundchen. Okay, wo ist da oben? Nicht da unten, Dennis da oben, verdammt. Scheiße. Oh, Mann. Jetzt, jetzt habe ich wahrscheinlich alles kaputt gemacht und ich habe verloren. Okay, komm, wir müssen uns jetzt nochmal die Talente kaufen, ist okay. Äh, zack und zack, so. Ich hatte aber so einen megamäßigen Bonus bekommen, als ich irgendwie da Leute getötet habe. Okay, irgendwie habe ich... Warum? Wo ist der andere hin? Ach so, da bist du ja. Zack. Okay. Ach, falls dir das doch nicht aufgefallen sein sollte, ne? Ähm. Ihr seht, ich habe unten links meine Energie, die ist jetzt lila. Leila macht geiler. Woah. Piss dich. Ähm. Das liegt daran, dass ich... die Darkest Armor jetzt momentan habe, weil ich Herzgefressen habe. Was angenehm an dem gegnerischen Darkling ist, dass sie nur einen Schuss aushalten. Und die halten mir fast gar nichts aus. Guckst du mal runter, oder was? Der Piss dich. Da-da-da. So. Schön stilvoll im Devil May Cry-Stil. Kommt du mal. Ach, ich... Wann soll ich jetzt noch hier ordentlich Sachen sammeln? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, guck. Geh mir noch den Sack. Vielleicht ergibt es doch Sinn, ich weiß es nicht. Ja, okay. Das war jetzt auch kein Bonus gegeben. Ich versuche einfach herauszufinden, wie ich den Swarm-Bonus bekommen. Da, Insel Cloud, jetzt hab ich den bekommen Ich versteh's nicht Das hat irgendwas mit dem Swarm zu tun Aber ich hab leider nicht so genau die Ahnung Was jetzt genau Okay, die Punkte sind so ein bisschen langsamer Wo war das Relikt? Das war hier irgendwo Tut mir leid, ich bin aber voll der Geier Das ist halt so, ich kann da nix gegen tun Ich will das letzte Relikt jetzt auch noch haben Das ist doch das letzte Relikt jetzt, oder? Ich weiß es jetzt grad nicht Komm, wir nehmen mal irgendwas mit hier Munition ist okay Noch mehr Munition Ich kann doch irgendwo grad Reiß nochmal sowas aus, so ein Speer Okay, ich komm schon mal nach oben Das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen Oh, du bist nicht, ich lass mich in die Ruhe Zack Huch Ich hab den Kopf verloren Das tut mir schon ein bisschen leid Das kann ich zerstören, okay Aber ich will erstmal, erstmal will ich Ich lass mich hier durch Okay Ashes of the Unnamed Ja, ich... Oha! Ein bisschen, Alter Was ist jetzt das letzte Relikt? Ich weiß es nicht Ich bin grad ein bisschen unkoordiniert, ich weiß Ja, okay, das war das letzte Relikt Denn ich hab die Trophäe erhalten Reliktjäger Und das heißt für mich Du hast alles gefunden, was es hier auf dieser Gottverdammten Wellen gibt Du Arsch Finde ich schön, weil das ist so, das ist so ne Sammeltrophäe, wo man suchen muss Und die sind eigentlich immer relativ unangenehm zu finden Also die unangenehmste Trophäe diesbezüglich Okay, ich darf sie nicht aufnehmen War bei GTA 4 auf jeden Fall Ich glaub 200 Tauben abknallen Keine Ahnung Oh, ein automatischer Taktik kommt Oh, ganz nice Oh, verpiss dich, komm, verpiss dich Huch, ah, ah, klar Klappt doch alles Ah, hier kann ich doch mal ordentlich Essenz eigentlich schon sammeln Wenn ich mir Mühe gebe Die geb ich mir natürlich nicht Ach ja, schönes Spiel Okay, destroy Jennys Beins Das heißt, ihr sollt irgendwie jetzt ihre Fackeln, wie ich schon sagen Ihre Sachen Oh, okay, das wusste ich jetzt nicht, dass da ein Abgrund ist Ich hätte auch mal nach unten gucken können Nein, die sollen ihre Fesseln lösen Ja, ja, zu gut Ich wollte gerade fragen, wo wurde ich jetzt hier in Respawn? Äh, äh, äh Boah, hier, ey, ist wie sowas von Trumpel, ne? Ich glaub, ihr könnt mir gar nichts mehr anhaben Hier, wie ist das? Och, kommt immer noch ein schwarz ist noch möglich Glaub ich euch nicht Oh, mein, ihr Wichser Ich schieße einfach mal so ein bisschen um mich herum Vielleicht ist hier noch irgendjemand, die ich treffe Dadadadam Oh, zack Oh, die spiele ich jetzt noch mal mit dem hier Ups Wie ist das, wie sie jetzt alle noch einen Schlag tot Das verstehe ich jetzt nicht so ganz Alles klar bei euch Und jetzt hab ich die ganzen Hürzen Hürzen zu hören, genau Oh, vielseitiger Killer Okay, ich geb zu Ich hab ein bisschen geguckt Also, ne, hier Ich kann ja hier, wenn ich hier Den hier mach, kann ich ja die Trophäen nachgucken Und da hab ich grad ein bisschen geguckt Was es da noch so alles gibt An Trophäen Und ich glaub, jetzt hab ich, äh Leute, innerhalb von 30 Sekunden In 5 unterschiedlichen Arten getötet Da hab ich jetzt auch ein bisschen drauf Ja, herausgespielt, kann man sagen Also, ein Headshot, ein Normalkill Ein mit dem Demonarm Und Piss dich mal kurz Und Und noch irgendwas Schwarz ist noch mal noch dabei, genau Ey, jetzt hau mir nicht ab Was soll denn der Scheiß Das ist ein It Bitteschön Die Deutsche Synchro, ne Ich bin so froh, dass ich die nicht hab Aber es ist mir grad echt noch Richtig interessant, das Spiel Das ist der absolute Hammer Komm, nehmen wir den noch Und Pff, keine Ahnung Den nicht Man würde den nicht leisten können Gleich egal, wie du mir bist Zack Ey, George Die sind so sch- Sind meine Waffe nicht so stark Oder sind die so schwach Ich weiß es grad nicht so genau Halt mich auf So Ups Das war jetzt Doublekill oder was Ich akzeptiere hier gar nichts Ich unterschreibe hier gar nichts Zack Krieg dich Waaah Irgendwie anzuschießen Pisser Das ist ja so einfach Die Gegner Das mutert mich grad ein bisschen Dafür, dass es halt quasi Vermutlich Die letzte Ebene ist Also ist das doch Alles relativ leicht Irgendwie Waaah Ich hab's grad noch gesagt Oh, hier Verpiss dich Stirb Wichser Pisser Ich hab keine Munition mehr Schade Gut, nehmen wir die mit Ups Ab, 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 ab Ich krieg' auch ne Trophäe Wenn ich so zu viele Leute mit einer Doppel Mit zwei Waffen kille Deswegen Ich benutze ich die Waffe grad so Heftig Klar weiß ich, was ich tue Pisser Wenn ich mir jemanden einreden zu wollen Oh, fuck Oh, oh, ist das denn Shotgun oder was Bam Schön Ich mag die Waffen hier Die sind total cool Weil man bedenkt, ne Ich hätte einfach nur das Ende genommen Hätte gesagt Doch, das war's jetzt Vor der Nacht Schönes Spiel Komisches Ende Das wird ziemlich traurig gewesen Ich hab mich grad auch vor Dass ich euch beides zeigen möchte Oder wollte Das wär für mich auch nicht Komplett gewesen Boah Wir haben auch ne Schussfrequenz Heinewitzgeil Das ist nice Explodieren Bier frisst das Boom Das war ganz so spaß So unbeschwert Einfach nur So die Leute abzuknallen Aber ich wieso weiß Ich werd hier den Schmetriebe kommen Oh, noch einer Hier, bitteschön Hey Stirb Du bist in der Puppet Ihr spricht denn hier grad mit mir Ich versteh es nicht Du bist in der Puppet Irgendjemand will mir doch sagen Dass ich die Puppe hier Oder quasi die Marionette Der Darkness bin Oder nicht Oder wer redet hier grad mit mir Ja, 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 ja Nein, nein, mein Mann Hier leck mich am Arsch So, hier gib mir dein Scheißschild Und Warum zieh ich immer dann so, ne So näher dran, wenn ich schieße Das verstehe ich nicht so ganz Auch wenn ich was durch Mit dem Spiel Aber ich verstehe ja was nicht Hier komm, fang mal Hier Komm, ja, fang Zack Okay, das bringt leider nicht viel Ja Ich hab nicht mehr viel Munition Stier Okay Och, ich hab mir noch meinen Schottlack Uh Oh, du kannst das fest Ah, schön Das war grad echt noch richtig Bock